Hallo. Hi. Hallo. Hi. Leute. Es ist was ganz tolles passiert. Wir verprügeln uns heute. Alter, es geht doch nicht los. Hashtag Anti-PVP. Es ist passiert. Wir wollten schon jahrelang immer ein Let's Battle aufnehmen und wir machen es jetzt endlich. Die Ära beginnt des Spaßes. Wir haben mit einem Barrier, wie heißt das nochmal, die World Border. Wir haben die World Border von diesem Punkt aus 1000 Blöcke gesetzt. Wir haben auch geguckt, das ist nicht zu groß. Man läuft jetzt nicht 200 Jahre irgendwie. Das ist auf jeden Fall nicht zu groß. Und es geht in dem Projekt darum, dass jeder von uns jetzt halt irgendwie in Richtung läuft und anfängt, sich zu erfarmen. Und ab dann, also ab dann, wo wir uns trennen, dürfen wir uns bekämpfen. Und das heißt, wenn wir uns mal irgendwann über den Weg laufen, dürfen wir uns umbringen. Und das geht halt so lange, bis einer tot ist. Genau. Glaube ich doch mal. So war die Regel. Wir sind ja gar nicht im Hardcore-Mode. Wir hätten auch einfach direkt in Hardcore-Mode gehen können. Aber ist ja egal. Wir sehen es ja. Wenn einer stirbt, ist es vorbei. Oder? Ja. So. Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, oder? Also, gut, sagen wir, wenn man jetzt abseits des finalen Battles stirbt, dann ist es vorbei. Äh, ist es nicht vorbei. Wir haben ja auch immer so ein finales Battle gemacht. Ja. Wo man sich dann treffen muss in der Mitte. Genau. Und wenn man die nicht findet? Äh, wir schreiben die Koordinaten auf. Gute Idee. Ich mach mal ein Screenshot oder so. Ja. Äh, nee, warte mal. Also 236, 68, 254. Das sind die Kordis. Die behalten uns jetzt einfach mal im Chat. Ich hab nur ein Screenshot gemacht. Schön. Ah. So. Ja. Ähm. Ansonsten. Die Aufnahmezeit steht auch im Chat. Hier ist ja kein Server. Hier kommt nicht irgendein Scheiß durch den Chat gebrüllt. Äh. Sowieso keine Wörter-Elbefehle. Wir fangen einfach an, oder? Ich setze mal die Zeit auf Null. Damit wir nochmal richtig, äh, begehenen können. Ich muss mir mal grad ein Brot geben. Ja. So. Okay. Also ich lauf nach da und du laufst nach da. Von mir aus. Und ab, ab. Du kannst ja auch einfach nach da oder nach da laufen. Ist scheißegal, aber. Ja. Hauptsächlich wieder geht erstmal in eine andere Richtung. Alles klar. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das wird wie Varo in einem kleinen Kreis. Cooler, altmodischer, so wie wir das früher gemacht haben. Bevor es sowas gab. Ja. Gut. Dann go. Laufen wir mal los. Das witzige ist jetzt, auch wenn wir kommentieren, was wir machen, ist es eigentlich voll behindert, weil wir beide uns gegenseitig hören, gell? Äh, ja und? Ja. Dann weiß halt immer jeder, was der andere macht, wenn das sagt. Ist ja jetzt nicht so krass. Nö. Ich hab ja die Welt abgeflogen. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Villager-Dorf ist. Ich such das jetzt. Ja, das ist jetzt aber fies. Wieso? Du hast mir auch abgeflogen. Ich bin einfach nur, ich bin einfach nur einmal geradeaus hin und her geflogen und ich hab nicht zu sehen. Ja, ich hab nur einmal ein Villager-Dorf gesehen, das irgendwo in der Wüste stand. Aber, äh, wenn wir, wenn wir den Spawn nicht mehr finden, dann sehen wir auch den Beacon. Äh, und dadurch finden wir ja. Ja, haben wir den Beacon? Ja, ich hab da einen. Ich seh keinen Beacon. Ich hab da einen Beacon hingemacht am Spawn. Toll, ich seh keinen. Ich weiß, was ich vergessen habe am Spawn. Da war Zucker aufbauen. Das hätte ich direkt mitnehmen müssen. Mal sehen. Und man sieht alles, was du im Chat machst. Hier gibt es keine Privatsphäre. NSA. Da wird alles kontrolliert. Ja, das wollte ich machen und das hier. Oh ja, oh ja, das wollte ich machen. Und ich wollte das auch so machen und das so. Ah, nee. Ja, doch. Ja, doch, doch. Das ist okay. Ja, ich hab jetzt nicht, wenn wir uns jetzt schon irgendwann begegnen würden. Wir müssen einfach mit der Hand zerbühen. Du, ich hab mich noch nicht viel bewegt. Also, keine Sorge. Kein Stress. Das könnte mal zu dir kommen. Blöd. Das war nicht aufgesprungen. Hast du das Projekt vergessen, Junge? Das ist hardcore. Wenn wir uns sehen, werden wir es umbringen oder abhauen. Das hätte ich aber gewusst. Ähm, das ist wirklich so. So machen wir das auch. Weil das wäre ja ultra langweilig, bis wir einfach, wir spielen jetzt Minecraft Vanilla, rüsten uns aus und irgendwann impfen wir mal. Ja, gut, aber das ist die erste Folge, sozusagen. Weil die erste S2. Ja, ich gehe jetzt direkt, die ich angreifen bin, bin ich behindert, ich finde ich das Projekt mit zwei Sekunden beenden. Äh, ich hab hier ganz andere Probleme. So, dann, äh, bei dir, so in echt körperlich, oder was? Äh, was? Nein, ich empfehle Minecraft. Oh, die neue Code sieht ja geil aus. Aber wir benutzen übrigens beide die neuen Texturen von Minecraft, die, äh, ja, 1-13 kommen. Keine Ahnung. Komm in 1-13. Ja, 1-13. Äh, ja. Äh, und jedenfalls sehen die voll geil aus. Nein! Was? Ne, ist gar nicht so schlimm, ich brauche sowieso mal eine. Äh, sollen wir jetzt noch eilen, wer eigentlich als erstes hochlädt, hier nach? Ähm, sie können nicht beide zusammen hochlädt, dann ist ja nur die Hälfte für jeden, ist ja schwul. Ja, äh, das dauert ja eh sowieso nicht so lang. Ich würde es eigentlich immer als erstes machen, weil meinst du es bestimmt kleiner. Ja. Dann ist es auf jeden Fall kleiner. So, ich muss dir mal meine ganzen Minecraft-Survival-Künste zeigen. Äh, ich habe irgendwie das ganze Gefühl, ich würde gleich über den Weg laufen. Er kommt mir nachgelaufen und mescht dir direkt Action. Auf jeden Fall. Ist aber... Klar, natürlich. Wie nennen wir das Projekt eigentlich? Äh, Minecraft, Battle... Joa. So easy. Ne, ne, wir können ja, wenn du willst, irgendeinen kreativen Namen ausdenken. So was wie Fahrrohr. So was wie Fahrrohr. Rino. Äh. Was gibt... Äh, ja. Die Romien. Let's die Romien. Oder was? Die Bettler. Die Bettler. Ey, das ist nicht mal schlecht. Weißt du was? Ich glaube, ich muss mal meine Helligkeit auf Pride machen. Weiß jetzt nichts hier, Alter. Alter, haben wir überhaupt Monster an? Ja. Oh, ganz bestimmt. Ey, was ist das? Krass. Das heißt, ähm... Wir haben auch... Wir haben auch natürliche Feinde. Wenn du so blöd bist und wegen dem Creeper stirbst, ist das schon vorbei. Also es könnte sein, dass ich irgendwann die Shader ausmache, weil ich einfach... Nichts sehen kann. Weil es schon ziemlich dunkel ist. Warte mal, das ist ja voll witzig. Ah, ein Sapling, okay. Weißt du was voll unfair ist eigentlich? Wir haben ja gar nicht so Regeln festgelegt. Irgendwie mit der Sichtweite. Weil eigentlich kann ich dich vor dir sehen. Also bevor du mich siehst. Jaaa... Vielleicht müssen wir die Sichtweite angleichen, dass jeder gleich viel Sichtweite hat. Dann... Also ich kann dich einfach so irgendwo beobachten. Und, äh... Jaa... Guck, zugucken, was so der Boy da macht. Weißt du was, warum jetzt ein Schwert? Der Boy... Ich... Ich fass mich nicht an. Alter! Alter! Alter, ich will nicht jetzt schon am nächsten Game End. Das muss nicht sein. Ich bin einfach... Ziemlich weit runtergefallen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Oh, heilige Scheiße. Hä? Essen hab ich ganz vergessen. Oh, das ist aber traurig. Darauf hab ich gerade gedacht. Junge! Wenn du jetzt das Dorf findest, gell? Dann... Dann fick ich mich auch. Ich... Hab mich überhaupt nicht bewegt bisher. Sag mal, wird die Border irgendwie kleiner? Nein. Sicher? Ja. Was hab ich ein... Woh, das... Das hätt ich einstellen müssen. Bin jetzt schon am Ende der Border. Fällt mir ein. Fällt der ein oder fällt der auf? Ist ja auch egal, ob's zu klein war oder so. Weil... Es ist halt unser erster Versuch. Und wir werden das einfach so lange machen, bis einer vom Tod ist. Ja, das ist jetzt Staffel 1. Staffel 1, genau. Und vielleicht wird's ja auch... Staffel 1 von Die Bettler. Ja. Das ist wie so eine RTL-Sendung. Ja. Staffel 1 von Die Bettler. Oh mein Gott, ey. Direkt mal was krass. Ja, aber wir nennen es wirklich Die Bettler. Ja, warum nicht? Ja. Mal was ganz witzigeres auf diesen Kanälen hier. Jetzt immer nur... Hallo Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Train Craft. Heute bauen wir wieder mal ein Haus. So ein 10.000 Mal. Ja, also hallo und herzlich willkommen. meinem ersten jetzt Play. Und du... Ey, was... Was pflanzt du eigentlich da grad an? Äh, Gras. Hä? Wie Gras? Brauchst du Drogen zum Kämpfen? Oh Gott. Ich sammle hier mir schöne Essensvorräte, damit ich auf keinen Fall draufgehe. Ey, ich hab die ganze Zeit so gefürcht, ich will dich gleich sehen. Ich... Ich werd in so Projekten immer so schnell paranoid. Ey, das find ich so witzig. Ja, ich werd immer schnell paranoid. Ja, ich werd immer schnell paranoid. Das heißt, ich werd auch... Ich kann euch schon mal versichern. In zukünftigen Folgen werde ich immer sagen, ja, da läuft da rum. Aber an Wirklichkeit läuft da keiner rum. Man kann ja gar nicht mehr... Äh... Mit dem Schwert blocken. Ja. Ja. Und was für ne Scheiße, Alter. Ey, Scheiße. Craftman Schild. Ach zum Glück haben wir ja hier diese neuen Funktionen, wie man sieht. Alter, was hab ich jetzt? Dieses neue Minecraft, ne? Ja. Das ist halt dieses Impact. Ich weiß nicht. Jeder andere Mensch, der PvP spielt, würde in der 1.8 jetzt spielen. Und wir? Wie in der 1.12. Das macht uns besonders. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ich finde, 1.8 PvP ist viel langweiliger als das. 1.9.2. Junge. Oh. Man hört. Bei ihm ist nur viel mehr Action als bei mir. Alter. Deabonniert mich, geht zu ihm. Oh, Scheiße. Ich hab an das gar nicht gedacht, dass er die Sonne untergeht. Ja, äh... Ich bin... Oh! Digga! Was? Ich kann ja direkt zwei Folgen aufnehmen. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Bock. Alter, ich hab so das Gefühl, ich muss mich vielleicht mal irgendwie einbauen oder so. in der Nacht, es wird zwar ein bisschen langweilig dann, aber... Äh... Ich weiß vielleicht, ja. Gott, ich seh den Beacon. Das heißt, ich muss jetzt sneaken. Haha, hat sich grad... Da ist das Dorf. Nice! Das hab ich jetzt wirklich nur mit Zufall gefunden. Tja, ich bin am Sneaken. Bist du in dem Dorf? Wer weiß. Es würde sogar Sinn ergeben, wenn du in dem Dorf wärst. Wegen dem Farming-Stuff eben. Na, weil sie hab mir ja schon feigt in der 1. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Selbidi, bäbidi, schnubbidi, bubbidi. Was hast du getrunken? Ähm... Sprudel! Und zwar Vulcanius. Alter. Der beste Sprudel. Boah, wie geil ist die Pflanzen geworden. Der beste Sprudel aus der Eifel. Äh, du musst du verraten, wo wir wohnen. Hab ich doch gar nicht. Also, Boys, ich werd keine Essen-Probleme haben in dieser ersten Staffel. Ich hab gar nicht verraten, wo wir wohnen. Boah, ich hab richtig Bock, das Ding so richtig in die Länge zu ziehen mit mehreren Staffeln. So richtig geil so, äh... Oh yeah, erstmal BOMI! Weißt du, dann kannst du immer so sagen, wenn du so in Staffel 3 bist, sagst einfach so, äh... Und dann würden wir, ähm... Schon irgendwie nur in einer Folge durch sein. Warum liegen Erdnüsse? Das sieht so dumm aus. Hast du schon Erdnüsse gefunden? Scheiße, wir müssen so weit voraus. Junge Creeper! Ich glaub, ich sieht nämlich in dem Dorf hier einfach eiskalt an. Dann weißt du natürlich direkt, wo ich bin, aber das wird dann so hart zu bringen. Alter! Alter! Ah! Oh! Hi! Oh! Geil, die Bücherregale hol' ich mir alle mit. Geil, ich kann ja... Ich hab ja voll richtig Enchant-Ding, äh... Voraussetzungen. Oder war ein Monster? Fährt mir grad ein. Ich lass dir einfach kein Essen übrig, ich bin so egoistisch. Alter! Ich bin gleich tot. Nicht wirklich, oder? Ja, wenn ich jetzt nicht mal aufpasse... Ja, wenn du auch die Folge jetzt so schnell zu Ende bringen lässt... Ach, wir müssen gleich schon aufhören mit der ersten Folge. Aufnehmen mit der ersten Folge. Deutschland. Ich glaub, ich, äh... Pussier mich in hier so ein Haus rein. Ich mach erstmal die Spinnen da kalt. Ich hab einfach noch nicht raus, wie man hiermit kämpfen muss in der Version. Ja, ich schon. Moinsens. Junge. Na ja, wie wir eben gesehen hatten, hab ich irgendwie schon seit, äh... Wie vielen Monaten nicht mehr Minecraft gespielt. Ah, fuck! 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 Oh! Oh! Nein! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich höre's einfach! Oh fuck 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 fuck! Fuck 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 fuck! Alter! Nein! Und ich bin grad echt fast gestorben. Ich hab mich unterständlich... Ja, Moritz, ich hatte eben ein halbes Herz. Ja, okay, ich hab viereinhalb. Ja, ich bin fast gestorben! Ich hatte viereinhalb Herz. Wir müssen die Folgen beenden, gell? Schon! Ja! Jetzt over! Hä, wie billig, alter! Willst du voll in die Länge ziehen, oder was?! Nein, wir machen direkt die nächste Folge. Ach so. Ja, dann zähl runter. Ja, tschüss, bis dann.